Wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, um aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Volkes, damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verfehlung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse wieder auf einer Ebene. Vielen Dank! Vielen Dank!